Eine leichte, leichte Blockade. Das hört sich voll gut an. Ja? Ja. Das tat richtig gut. Oh mein Gott. Wann knacksen die? Aua. Ich hab so Rückenprobleme. Oh Jesus. Das tat richtig gut. Oh mein Gott. Also heute auch das erste Mal, ja? Knackst du selber auch manchmal? Ja, manchmal. Was denn alles? Nur meine Hände. Die Hände, also die Finger. Ja. Wie oft machst du das? Sehr oft? Schon oft wegen der Arbeit. Ach so, weil du so aufgeregt bist oder langweilig bist? Langweile, ja. Dann machst du so und dann machst du so? Wenn kurz Pausen knack ich sehr gerne. Ja. Okay. Nicht zu oft machen, okay? Dann kannst du dementsprechend halt gucken, dass du dagegen wirkst, dass du viel Wasser trinkst. Ja. Okay? So, wir fangen dann an. Ja? Achtung. Gut. Gut. Alles klar? Ja. Keine Schmerzen, oder? Nach links gucken, bitte. Okay, perfekt. Guck mal hier auch bei C2 auch bei dir. Eine leichte, leichte Blockade. Die war aber eine krasse Blockade. Lass mich mal hier mal kurz gucken. Lass locker. Oh, das war sexy. Das tat richtig gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, deine Hände auf deine Nacken, bitte ineinander die Finger. Perfekt. Nicht zu drücken, bleib normal. Genau. Hände an die Wange. Wir machen gleich weiter, dann kannst du deine Emotionen rauslassen. So, bleib so. Tief einatmen. Komm. Nochmal. Und ausatmen. Achtung. Oh mein Gott. Das fühlt sich voll gut an. Ja? Ja. So, dann geh mal deinen Arm, bitte. Den ziehen wir jetzt hier hoch bis zum Anschlag und machen einen leichten Impuls. Okay? Achtung. Oh mein Gott. Die fällt ja von alleine auseinander. Alles okay? Ja, ja, ja. Ja. Jede Bewegung. Spaß. Okay, nochmal. Locker lassen, bitte. Achtung. Oh. 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 Oh mein Gott. Funktioniert noch alles? Ja? Ja. Das funktioniert noch alles. Alles gut? Ja. Sehr schön. Ausatmen. Und, schön warm geworden. Ja. Okay, tief einatmen. Ausatmen. Einatmen, ausatmen. Ein und aus. Und nochmal, komm. Und aus. Einmal noch und raus. Aua, ich habe so Rückenprobleme. Alles okay? Ja. Gut. Genauso. So, tief einatmen und ausatmen. Ui. Und ausatmen. Von alleine hat es ja schon. Beim Anfassen. Kommen wir nach vorne bitte. Ein kleines bisschen noch. Stopp. Den oberen Bein, den gibst du mir. So bleiben, ja? Die Hand, die ziehe ich dir hoch und du lässt die Schultern nach hinten fallen. Genau so. Finger loslassen. So, schön locker, okay? Tief einatmen, komm. Und ausatmen. Oh, Jesus. Das kann so richtig gut. Kann man nach vorne. So, bleibst du. Mit meinem oberen Bein hier. Ja, die Schultern nach hinten fallen lassen. So, hier festhalten, okay? Da mal tief einatmen und ausatmen. Achtung. Oh, ja. Alles okay? Ja. Gut. Dann press mal raus. Rauspressen. Komm schon. Jawohl. Und jetzt nach innen. Komm. Und ausatmen. Also. Mund geschlossen halten, okay? Nicht mit der Zunge zwischen den Zähnen spielen. Nur noch mit der Nase. Tief einatmen. Und aus. Und nochmal. Komm. Und raus. Und nochmal. Komm. Ein. Aus. Und nochmal. Oh mein Gott. Oh, das tut richtig gut. Und wie fühlst du dich? Erzähl mal. Fang mal an mit den Füßen. Also es ist wirklich, als ob man auf den Wolken wäre. Und mein Rücken tut auch gar nicht mehr so weh. Wie vorhin. Den 10-Kilo-Rucksack, den du anhattest, ist der weg? Ja. Oh, ja. Ein- und ausatmen? Tut richtig gut. Ja, tut richtig gut. Und. Nachbar ist unfеди riveriono. Da gibt es einen Nov USB ab. Da ist nach, da gab es solche personalized. In sketch 6. DannBBtam.